Willkommen zum 28. Part von Axelwein wie Wolf mit der Lili! Hi! Ja, in dem letzten Part sind wir gestorben und unsere Dinos in unserem roten Wald äh... Ich wusste es immer noch ein bisschen an. Habe ich auch noch diese grünen Griseldinge? Nein, habe ich das noch? Mhm. Ich stecke mich nicht an. Das tue ich nicht, glaube ich. Oder? Ja, ich habe den Totenkopf auch noch, aber die Gesundheit geht jetzt nicht mehr runter. Ich bespuckt das Blut. Ich? Ja, habe ich noch gesehen. Also du kannst den Zuschauern ja mal erzählen, was wir waren. Ja, wir wollen mit Frogger, wollen wir los, also ich will mit Frogger los, äh, zum roten Wald. Und zwar, da sind ja unsere Dinos und da will ich ein Bett aufbauen, dann drückt die Lili hier schnell reisen und dann reist die dahin. Und, ja, am besten ist es dann, wenn ich da bin, Tag und, äh, auch wenn ich hinlaufe, dann können wir am besten zum Eisenberg hinlaufen. Es ist noch niemand gestorben, außer einer unserer Petris. Ja, wir zeigen euch, äh, die besten Szenen würde ich sagen. Äh, ja, wir fahren kurz, äh, Materialien. Dass wir immer husten. Ja, wir sind krank. Irgendwas haben wir uns im Sumpf geholt, im Rass. Aber irgendwie, ja, ist meine generelle Gesundheit gesunken. Ja, siehst du, das Ding. Ne, ich mein, hier die Werte. Das wäre doch wohl bei 300 irgendwas. Ja, das ist bei 200, erscheint mir auch wenig. Ich mach hier das Tor zu. Ich weiß nur nicht, wo es lang geht. Kannst du mir helfen? Ja. Ich will das Tor zu machen, nicht in die Ecke stellen. Ja, ja. Und dann guckst du allein nur mir zu. So. Soll ich da jetzt geradeaus durchhoppeln? Probier's aus, ich weiß es doch nicht, um welchen Weg du gehen willst. Ob es in der Wasser riecht, ich lach. Aber keine Ahnung, ob ich hier richtig lach. Ich hab einfach nur Angst, dass Volker stirbt. Ja. Ich sehe eine Beule. Oh, oh, keine Aufdauer mehr. Oh, schlechte Stille. Aber wenn die Musik aufhört, ist doch keiner hinter dir. Scheiße. Oh. Ich dachte, Schlange. Aber du bist mega schnell mit dem Vieh. Vorsicht, Schlange. Bist du auf Sprinten, oder was? Ja, ja. Ja. Okay, hier ist diese Schneise. Ja. Dann bist du ja schon fast da. Ja. Dann müsste auch ein Lagerfeuer von uns gleich um die Ecke noch kommen. Okay, da ist es vorbei jetzt, glaube ich. Lass es. Dann kommen Schlangen. Dann kommen Schlangen. Oh. Die haben dich da! Da ist drauf getrampelt, oder? Oh Gott. Ich hab gesagt, du ne Fackel mit. Was ist das? Es ist so... Okay, Volker, okay. Trink! Trink! Oh Gott. Oh Gott. Kannst du dich noch irgendwo hin retten? Oh Gott. Scheiße, Scheiße! Ich seh den Todesstrahl nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh nein! Wir kommen da niemals hin! Wir müssen mit allen Materialen, was wir haben, müssen wir uns jetzt kurz was aufbauen und müssen dann was mitnehmen. Anders geht es nicht. Und du hast beide Bögen da gehabt in dir drin? Oder wie? Beide Armbrüste? Beide Armbrüste. Hast du mitgehabt? Ja. Das ist scheiße, weil du kannst ja nur so zähmen, oder? Naja, mit nem Bogen könnte ich auch zähmen. Ja? Aber mit nem Bogen ist es ganz schwer zu treffen. Ne, wir können nicht zähmen. Wir müssen da jetzt nackt hin. Das tut mir leid, aber wir müssen da jetzt nackt hin. Scheiße. Wir können aber nicht einfach quer durch den Sumpf. Ja, müssen wir aber. Wir müssen ja überqueren. Wir müssen ja da durch. Wir müssen ja da durch. Aber ich sag, wir werden sterben. Weil ohne... Ohne... Äh... Wenn du was siehst, renn einfach. Okay. N' Sarko. Kurz stehen bleiben. Bis er an uns vorbei ist. Nein, hier durchlaufen. Wir haben keine Chance. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Ich verfolge doch was. Wir sind so schnell. Wir machen ja auch nix. Vielleicht kannst du es schaffen durchzurennen. Gut, ich könnte es nochmal probieren. Ich habe es bis dahin mit durchrennen geschafft. Soll ich auch nochmal mitgehen, dass ich die Dinos abfange? Immer. Wir müssen immer zu zweit gehen. Wir machen es jetzt wie damals im Sumpf. So oft, bis wir es haben. Ja. So oft nackig hinrennen, bis wir es haben. Ja, das hat auch funktioniert. Das war eigentlich relativ... Kannst du wieder im Bett spawnen? Ja. Gut. Aber irgendwas? Ja. Hast du die Krankheit noch? Ja. Ich verstehe es aber nicht. In den Zauvereinstellungen kann man sagen, Krankheit zulassen, ja oder nein. Nein. Also den Weg bis zum Sumpf. Also ich weiß schon mal, da müssen wir hin. Und dann müssen wir aber am Sumpf noch ein Stück geradeaus, da wo unser Sarko bewusstlos war. Und dann erst hoch. Und dann weiß ich es ungefähr. Aber ich darf nicht zu früh hoch. Nur die Schlangen, das ist... Uh. Die Schlangen sind ein Problem. Aber du sprintest jetzt? Nein. Ich lauf normal. Nicht? Ja. Ich bin halt super schnell im Wasser. Warum auch immer. Ja, verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich... Weil ich da auf Bewegung geskillt habe oder so. Ja, irgendwie auf Bewegungsgeschwindigkeit also ultra viel geskillt, glaube ich. Hier schräg gerade durch. Da kommt jetzt hier schon der erste Sumpf. Da muss man jetzt schnell, schnell durchrennen. Ja. Und hier schnell durchschwimmen. Das ist hier... Äh, da gibt es schon ein erstes Problem, weil ich halt nicht so schnell... Ja, sonst knackt es. Der Frosch tut mir nichts, richtig? Ja. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin aus dem Dumpf raus. Doch, hier, du... Siehst du mich nicht? Ah, da sind halt Schlangen. Du musst dich da... Nee, du bist betäubt. Und was wurde ich denn jetzt... Und was wurde ich denn jetzt betäubt? Fuck! Ich lieg hier. Du... Läufst du in die falsche Richtung? Oh Gott, ich werd gefressen. Oh. Ja, du läufst auf mich zu. Pass auf, Schlange. Ja, die Schlange hat sich wahrscheinlich betäubt. Jetzt durch das Stück Sumpf noch? Das weiß ich nicht. Aber Vorsicht, da wurde ich grad gefressen von dem dritten Ding. Ja... Du musst aber jetzt links dich halten, links. Ja, du bist gut unterwegs. Muss ich jetzt hoch? Weiß ich noch nicht. Nee, nee, nee. Glaub ich ja nicht. Es ist zu früh. Ich muss aber hier hoch. Sonst werde ich... Sonst sterbe ich. Ja, okay, ja, das ist richtig. Links... Links rein hoch in den Wald. Wirklich, jetzt? Ja. Ja, das ist eigentlich ne ganz gute Richtung. Und jetzt mal nur hoch. Ich geh jetzt mal nur... nach rechts rein. Aber nicht so doll wippeln, dann sehe ich nichts. Jetzt ein Stück rechts, ja. Ja, geradeaus noch hoch. Ruhe dich irgendwo hier, wo du sicher bist, aus. Lauf zum Stall. Wenn du jetzt umdrehen. 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 Ja. Und ich glaube jetzt ein Stück noch hoch und dann ein Stück rechts. Und dann... Oh, mein Bett ist auch grau. Warum? Ist man dann zu oft da gespawnt, oder was? Ja. So, und jetzt müsste es eigentlich... ein Stück rechts... Ja, da runter. Ein Stück rechts drücken. Und noch weiter rechts. Noch weiter rechts. Glaub ich. Du darfst nicht zu weit. Du darfst nicht zu weit. Du musst rechts. Nicht links. Ich meine, dass es noch mehr rechts war. Ich bin da weit rüber gelaufen zu dir noch. Ja, geh mal da runterwärts. Geh mal da. Was ist da links in der Schneise? Da zwischen den Bäumen, an den Bäumen. Und dann rechts da durch den Weg. Rechts da? Ja, da geradeaus, ja. Da müsste es doch irgendwo sein. Also ich höre mich an diese... Zack, zack, zack. Ja, nein. Wo wurde es geholfen? Das ist dann sicher ein Tod. Wir wissen nicht, wo es genau war. Boah. Da sind hier unsere Tiere noch. Da ist alles, was wir aufgenommen haben. Unsere Tiere leben hundertprozentig noch. Und wir als gut. Ja, aber... Ich kann den Boss im Bett spawnen. Ja. Warte da, warte. Ich möchte das... Ich bin dann wieder im Kreis gelaufen. Also weil ich dann so weit rechts bin. Und mir kommt ein Sarko dann im Sumpf. Ich renne hier einfach durch den Sumpf durch. Ist das richtig? Ja. Durch das Grüne durch. Ich würde ja gerne dann bei unserem Lagerfeuer und dann wüsste ich auch dann definitiv, wo es noch weiter ist. Okay, ich bin tot, ich komme tot. Ist die nächste? Da ist einer der Todesbrüte, aber das ist nicht der... Ach, wo? Da, ich sehe den Strahl, aber ich weiß nicht... Ich glaube, das ist nicht der Richtige. Nee, nee, da... Doch, doch! Ich bin da! Ich bin da bei unseren... Ich bin da! Doch, ich... Ich... Ich hab doch extra jetzt... Das sind deine Sachen. Ja, dann sind das nicht! Aber warum leuchtet das? Wo ist meins? Wo ist... wo ist... Beri? Petra? GroKo? GroKo? Capri? Sind sie... Sind die alle, äh... Äh... Mein Ziel angreifen? Was... Was muss ich da machen? U? Nee, ich bin nicht... Was ist U? Was ist T? Was ist... Die greifen irgendwas an. Ich glaube, ich glaube, da liegen ja eine Sache. Da ist Beri! Tee? Ja, Tee von... Was mach ich jetzt? Wir machen's so. Ich komm dir entgegen. Ja, ich muss aber erst mal... Das Problem ist, meine Gesundheit geht wieder runter. Wirklich? Komplett! Die geht wieder runter. Nein! Oh Gott! Dann geh ganz schnell aus dem Biom raus. Ich muss laufen. So schnell ich kann. Ja, ja. Dann... Belauf wird Beri weg. Wo bist du? Äh... Ich werd... Versuchen da lang... Bist du an der Base? Ja! Ich muss wissen, dass ich da näher rankomm. Gut. Ich muss aber kurz gucken, ob alle mitkommen. Versuch zurückzukommen mit allen. Was sind die Flugis da? Ja. Gut. Die sind am wichtigsten. Rechts, ich weiß nicht. Ja klar, jetzt kommst du. Gut. Da hinten war ein Sargo. Es kann sein, dass ich... Ja, ich seh euch! Eine Schlange! Komm schnell! Komm schnell! Ich geh auf GroKo! Nein! Ich geh auf GroKo! Nein! Ich geh auf GroKo! Warte! 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 Ich geh nicht! Oh Gott! Ich hab die Orientierung verloren! Ich hab die Orientierung verloren! Das macht nicht zu schön, das alles! Mut auf GroKo! Sonst sterbe ich! Du bleibst rein! Ja! Ich bin auf GroKo! Nein, bin ich nicht, ne? Wenn wir überhaupt da drauf sitzen! Ja! Ich bin nicht nur bei euch! Ja! Ich glaub wir müssen hier lang, aber ich bin hier auch nicht 100% sicher! Kommen die mit? Ja, ja! Ich guck, dass die mitkommen! Also, GroKo, Capri, Petra und Bery folgen dir! Okay! Und GroKo sitzt ich! Ich glaub, die sind hier richtig! Achtung! Ich muss aber abbleiben! Okay, wir sind noch mitten im Sumpf! Wir sind noch im Sumpf, ja! Wollen wir nicht einfach erstmal kurz hier bleiben, bis es hart wird? Ja, vom Sumpf aus müssen wir doch eigentlich nach drüben! Also müssen wir noch weiter geradeaus jetzt! Okay! Also weiter hier lang! Hier weiter! Ja! Ich hab die ordentlich Hütten verloren! Das wird sterben! Keine Ahnung! Ich bin irgendwo im Wasser! Ich komm nicht weg! Ich sterbe gerade! Aber dann wissen wir zumindest, wo es nicht geworden ist! Du musst da jetzt ausharren! Ich sterbe gerade! Ich kann mich nicht bewegen können! Das wird in diesem Moment! Okay! Es ist ziemlich nah! Ja! Ich bin auf Friedrich! Ich seh euch! Jetzt kann ich von oben agieren! Jetzt bin ich sicher! Ich seh unsere Base! Ja! Ja, folgt ihr! Siehst du mich? Siehst du meinen Namen? Ich bin jetzt zu knapp über dem Wasser! Wir müssen hier übers Wasser! Wir müssen hier übers Wasser! Ich seh die Base! Na zumindest auf die Tiere ist Verlass! Ja! Hier ist viel Ausrüstung drin! Kannst du hier Sachen nehmen! Wirklich? Wo? Ähm... Bei Kroh! Da hat jede Menge Sachen drin! Ach ja wirklich! Aber ich hab mir jetzt... Ah nie! Hier! Die Steinpfeile sind für dich! Ja! Aber ich hab halt keine Armbrust! Wir müssen meine... Die holen wir! Die holen wir! Wir müssen meine... Wir gehen aber nur mit... Ich... Ich gehe allein mit Edri! Das wär gut! Das wär gut! Dann hab ich keine Dinger, die mir irgendwo rumschwirren! Dann muss ich auf niemanden achten! Krass, ich konnte vier Level vergeben für Petri! Krass, ich konnte vier Level vergeben für Petri! Ooh! Und du suchst mir meine Sachen noch! Da gehe ich jetzt hin! Und ist jetzt GroKo da? Ähm... Nee! GroKo werde ich jetzt zuerst suchen! GroKo wird ich gern mit Bari suchen! Ich bin ja von GroKo abgestiegen und an einer gewissen Zeit. Der hängt ganz nah hier irgendwo. Ich glaube, dass der hier ist. Ist der dauerhaft gefolgt? Nee, das weiß ich ja nicht. Ich nehme jetzt Berry und schwimme rüber. Ja, das wird nicht gut. Erstmal werde ich nochmal wieder weg. Genau, da sind wir rüber. In dem Sumpf war es. Ja. Ja. Ach, da. Ich habe GroKo. Und jetzt, J? Ja, folgt mir. Ich nehme ihn mit zu meinen Sachen. Ja. Also, ich sehe eine meiner Todeslinien. Nee, ich glaube, hier bist du gestorben. Hier drüben. Hier sind zwei Todesdinger. Ich weiß nicht, ob ich da zweimal gestorben bin. Auf jeden Fall glaube ich, hier haben wir uns gelandet. Was ist jetzt hier grünes Licht? Was ist jetzt? Wo ist die Tasche? Guck mal, hier ist ein grünes Licht. Kannst du mal kurz bei mir gucken? Hier ist ein grünes Licht. Ja. Aber ich sehe keine Tasche. Ich sehe keine Tasche. Kannst du bitte mal nach oben gucken? Ganz weit nach oben. Das ist doch so ein Ort. Das ist keine Tasche. Ach du, du bist da. Okay. Dann musst du ganz einfach nach rechts. Nach rechts. Okay? Nach rechts. Hier ist hier noch einen grünen Strahl. Genau. Da musst du lang. Das ist so ein kleiner, eher dünner, so ein bisschen mit Lücken. Ja. Da müsstest du gestorben. Da darf ich mir. auch keine Tasche. Ich muss hier absteigen. Da ist meine Tasche. Gut. Und du musst hochfliegen. Ja. Könntest du mir jetzt Unterstützung leisten beim finden meiner Sachen? Warte, warte, warte. Soll ich die erstmal wieder in Sicherheit bringen? Bist du bei deinem grünen Strahl? Was? Ich habe meine Sachen geholt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Doch. Der wird gut ist da. Dann auf jeden Fall heute rechts. Da ist ja schon mal so ein Strahl. Ja. Ist der von mir oder von dir? Von dir, glaube ich. Da hast du dann... Nee. Geh runter und guck. Du musst... Da bist du mal gestorben. Genau. Deswegen, du musst die alle aufsammeln und dann ist dann der letzte, der leuchtet dann auch grün. Wirklich. Vertrau mir. Ich habe das schon mal mitgemacht. Du musst dann runter... Da war... Da war... Da... Also... Ich weiß aber... Ich weiß aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach so. Wenn du jetzt runter gehst... Dann muss ich doch mitkommen. Wir müssen aber die Sachen holen, sonst haben wir keine Chance. Ich muss. Ich muss mitkommen mit Ferri. Ja gut. Durch den Suchen müssen wir suchen und du hast recht. Ich muss mitkommen mit Ferri. Sie hat alles keinen Film vor. Ja... Ja... Ferri und... Äh... Und... Co. Oder? Karpfen ist immer die Türbuchsmaschine. Okay. Und was ist mein Reiz hier? Nee... Ich nehme Grofe. Du musst jetzt erstmal laufen. Ja... Okay. Oder ich laufe, weil ich so schnell bin. Und du reichst Ferri. Und Ferri muss mir folgen. Okay? Na, ich denke, dass es da drüben ist. Ich bin hier irgendwo in so einem Wasser gefüllt. Ich sehe, glaube ich, Petri. Petri, ja! Petri, komm! Nee, der Petri ist doch an der richtigen Stelle. Nein, Petri... Ich muss auf Petri reiten. Du bist jetzt... Äh... Nee, deswegen ja. Ich muss auf Petri reiten. Achso! Bärri ist direkt da! Ja! Karpfen ist tot! Karpfen war auch hier. Kann ich jetzt auf Bärri reiten? Ja, du kannst auf Bärri reiten. Ja, ich sehe direkt meinen grünen Strahl. Ich sehe dich nicht. Ja, weil ich hier hinten bin. Der Grüne... Du bist direkt vor dem grünen Strahl. Ja, weil ich... Weil ich wieder hier bin. Ja, okay. Du musst nicht sagen, wo ich mich hinstellen soll, dass ich dich beschützen kann. Nee, du bist hier schon richtig. Okay. So, Inventar öffnen. Genau, hier sind meine... Alles rüberziehen. Alles. Komplett. Dann verschwindet der Leuchtende. Und es kommt wieder der andere Leuchtende. Warte, dass wir nicht ganz kurz gucken, ob ich wirklich höre ist. Ja, genau. Ja, wo muss ich hin? Weiter rechts? Ich gehe hier runter. Hier. Oh. Ich hab's. Okay. Ich hab's. Wenn, wenn Petrin hier ist... Alles übertragen, ja? Ja, ich hab alles übertragen. Der Strahl ist weg. Und jetzt, wenn du hochfliegst, siehst du einen neuen Strahl. Warte. Wahrscheinlich musst du über die Redwoods fliegen. Geht das? Äh, das geht, ja. Versuch das. Ich kann so hoch. Wenn mir aber die Ausdauer aufgeht, muss ich hier rapide runter. Bitte. Okay, dann guck doch mal, ob du jetzt da was siehst. Ne, ne? Läuft. Kann ich nicht sehen. Das ist nicht mein Strahl. Da hinten, da bin ich. Da, ich seh, ich seh's. Komm da erst mal runter, damit du auftanken kannst hier. Wir sind hier sicher. Capri und Berry können alle töten. Ja, bist du da? Ja, ich sitz hier im Sumpf. Wir müssen jetzt hier gerade rüber. Genau. Du fliegst, ich laufe, ja? Ja. Hier, hier ist mein Lagerfeuer. Ja. Kann ich hier kurz nochmal auftanken? Ja, Capri. Capri wird angegriffen. Schnell, Kamu. Weil du scheißt ja dann immer. Mein Typ zeigt immer auf. Mein Typ zeigt immer auf den Käse. Ich versteh das nicht. Weil du eh drückst wahrscheinlich. Ne, ich drück nicht eh. Ist okay, kann man alles? Nein, eben nicht. Ich komm nicht am Tetri. Pfeife ihn runter. Jetzt bin ich drauf. So, Pat, ich bin vorher aufgetankt. Ja, gut, okay. Wir können weiter. Du folgst mir. Ja, ich folge die Dauer. Komm Capri auch oder ist er zu sehr verletzt? Capri ist direkt an deinem Schwanz dran. So, hier. Siehst du irgendwo einen grünen Strahl? Nein, dafür bin ich wahrscheinlich auch zu niedrig. Ich... Ich... Boah, was ist denn das? Ein Hirsch. Capri ist irgendwo gefasst. Äh, ich seh die Schlange an dir. Capri ist irgendwo gefasst. Ja, ja, klar. Die greifen an. Aber da kommt nichts. Ja, ja. Capri ist frei. Ey, lass mich, Picci, mal ganz kurz ganz hoch fliegen, ob ich einen grünen Strahl sehe, okay? Ja, ich bleib hier an Ordnung stellen. Okay. Ich flieg nämlich nur gerade nach oben und dann flieg ich wieder nach unten. Dann dürfte ich eigentlich noch sehen. Da. Ich... Ne. Das ist wieder so ein anderes Ding. Ich hoffe, dein Inventar ist auch noch da. Ich seh ihn. Ich seh den Todesstrahl. Ja. Dort. Okay. Wir müssen noch ein Stück laufen, ja? Ja, nach links. Einfach nach links und mit reingehen. Ja, nach links. Wir sind hier dann nochmal nach links. Hier? Ah, ich seh ihn. Nach links. Ich meine, dass ich ihn sehe. Aber ich kann nicht ihn sehen. Vielleicht siehst du da noch deinen Strahl. Keine Ahnung. Nee, es ist was anderes. Es ist so ein... Es ist so ein Ding. Es ist falsch. Und... Wie? Es ist so ein Raumschiff-Ding. Aber ich bin hier. Oh. 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 Hier bin ich früher gestorben. Okay. Das ist nicht mein anderer... Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Weißt du noch... Aber das ist doch nicht schlimm. Oh. Ich bin ja mal in Redwood aufgestorben. Weil... Weil ich meinen Dienst... Mein Inventar war... Ja, aber dann... Dann ist das denn... Aber wo... Wo warst du jetzt? Ist du wieder auf dem Fluffi? Ja. Dann seh ich dich nämlich nie. Ähm... Warte. Das ist das Problem. Ich seh dich aber. Ich seh dich da unten. Also ich seh... Ich seh euch. Stehen bleiben einfach. Wahnsinn. Nein. Ich muss hier aus dem Gebüsch raus. Das seh ich nix. Was? Ich denk immer... Kati ist einer, der mich umgreift. Ist zu? Siehst du? Siehst du mich? Warte, warte. Ja. Ich bin hier neben dir. Gut. Musst du auftanken? Äh... Ne, ne, ne. Nicht mehr. Ich meine, dass du hier lang gehst jetzt. Und hier irgendwo müsste dein Inventar liegen. Wir sind am Fuße des Metallberges. Das ist richtig. Ich höre nur Musik. Ja. Capri wird angegriffen. Ja. Nachmittag... Ich verfolge den Bisschen. Das war nicht richtig. Ich bin in der Luft. Die Tänke. Ich muss auftanken. Ich werde sterben. Wo bist du denn? 100 Meter Da bist du doch, da bist du doch Mich verfolgen im Sechsen, die zwei Schlag, Schlag Ja Sie sind doch Warte ganz kurz Warte hier Ich geh nochmal ganz nach oben, okay Ich geh nochmal ganz ganz weit nach oben Und gucke nochmal Das war an so einer Klippe In der Klippe runter Und dann War das nicht hier? Oh Gott, das ist richtig weit Ja das weiß ich, weil du irgendwie gelaufen bist Du musst hier zurück Ich muss auftanken Ich hab hier oben auch, ich glaub hier bin ich sicher Ich geh da rein Ganz viele Tiere sind hier Ganz viele Ich weiß nicht was das ist Ein T-Rex oder Karnotaurus, ich hab keine Ahnung Da ist ein T-Rex Ja toll, wir müssen hier weg Ich seh dich aber immer noch nicht Doch da Ja Siehst du mich jetzt? Ja Wir müssen von den T-Rex aber weg Guck mal Capri wird angegriffen Wo? Wenn du zu mir läufst Wenn du zu mir läufst Ja Ich muss Not auftanken Da drüben Komm her Nein Capri Wir müssen hier schleunigst weg Ja Deine Sachen Wir müssen alles wieder beschaffen Geht nicht Ich hab die Orientierung verloren Ich weiß nicht wo wir sind Ja das ist auch mein Problem Da vorne ist ein T-Rex, lauf! Wo? Wie? Vorne? Wo muss ich hinlaufen? Du musst nach rechts Entschuldigung nach rechts Schnell nach rechts Ganz schnell Mensch du kannst doch nicht einfach sagen Da vorne Du musst doch sagen Wohin Du musst jetzt nach links Am Rand langlaufen Okay? Hier sehe ich was Es ist nicht schlimm Kümmer dich nicht um mich Kommst du da runter? Ja Ich bin runter Ich bin jetzt hier auf Felsen Ja ja ich sehe dich Ich glaube wir sind hier jetzt wieder in der Nähe wo wir Ich will auf den Felsen Ich will gucken wo wir sind Ja ich auch Ich weiß noch nicht was da kommt für ein Tier Das finde ich hier hoch Ich weiß nicht was mich gewollt Ich weiß nicht was mich gewollt Das ist so dunkel Hier ist so dunkel Also hier war was Aber hier ist Sumpf Ja das ist der falsche Sumpf Oder? Ich glaube, wir müssen einmal quer durch den Wald durch. Nee. Alles voller T-Rexe. Du kannst mich doch da nicht zu den T-Rexen schicken. Was ist das? Ich werde angegriffen. Da ist ein Terrorbird. Ich habe dich verloren. Ich bin im Sumpf. Wirklich? Aber das ist ein Sumpf, den ich nicht kenne. Ja, weiß ich. Ich weiß, dass wir hier nicht richtig sind. Karte. Sieht mir die Karte was? Nee, du siehst dich da drauf nicht. Wir laufen in die völlig falsche Richtung. Oh ja, wir müssen einmal komplett durch den Wald wieder durch. Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Der hat dich auch verloren. Ich sehe ein Agentarwiss. Na, ich musste doch weg wegen dem Ding. Du bist wieder weit weg von mir, aber... Hier, flieg weiter geradeaus. Ich habe mich hier hingestellt, dass du mich siehst. Ich hoffe, ich sehe dich. Ja, du musst weiter fliegen, 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 fliegen. Komme ich jetzt näher? Ja. Kannst du von da nach da? Du bist jetzt auf einmal da hoch gegangen. Ja. Weiter runter. Ich bin weiter unten. Bist du im Sumpf oder bist du im guten Wald? Am Waldrand. Du müsstest mich jetzt sehen. Hier, neben dir. Hier. Neben mir. Rechts. Ah, da. Ich weiß es nicht wo. Links. Das ist hier. Und hier. Was ist hier? Was ist hier? Luftweil. Schreif das an! Oh no! Ich werde angegriffen! Wir sterben! Hilfe, hilf mir! Ich kann nicht öffnen, ich hab den Autor. Ich bin hier oben. Oh, ich bin hier oben. Oh, ich bin hier oben. Ich bin hoch. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Oh, ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Der ist überall. Kannst du mal bei mir bleiben? Das passiert. Bei mir, bei mir. Ich will. Bist du tot? Ja, und Pissi. Was soll ich denn jetzt machen? Ich renne einfach weg. Wenn das geht. Ich kann nicht mehr rennen. Guck mal, ich kann nichts machen. Wie kann ich denn? Soll ich runter gehen? Ja, runter. Geh runter von Betty. Und schlag die. Der killt Sachen. Hast du jetzt geguckt, wo wir waren? Ach du Himmel, Herrgott. Ach du Himmel, Herrgott. Ja, deswegen. Ach du Scheiße. Das ist gelaufen, Null. Ich geh da nie wieder hin. Deine Sachen waren hier. Weil du fliegst. Weil du fliegst. Weil du fliegst. Du musst fliegen. Er sagt, er fliegt. Ich bin völlig am Ende. Ich bin völlig am Ende. Ich hab doch gesagt, wir müssen einmal quer durch den Wald. Du hast mich ständig da bei T-Rexen lang. Ich hab dich nicht gelenkt. Ja, wie auch immer. Ich bin tot jetzt. Ist egal. Wir gucken, wie es im nächsten Part weitergeht, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, Barry lebt noch. Und das war's jetzt mit dem Part von ARK. Und tschüss! Anwalt reaches not long bis an. Und das war's. 는데leend hat. Das war's. Was ist ja. Ich habe die Zeit